Im Jahre 2054 ist es der Menschheit gelungen, den Mars zu besiedeln. 250 Jahre später kehren ihre Nachkommen zur Erde zurück, um sie für immer zu vernichten. Die Invasion hat begonnen. Es gibt nur noch eine letzte Hoffnung. Ach, ja, halt auf! Hier spricht die Pulle. Was gibt's? Die Rettung unserer Welt liegt allein in ihren Händen. Doch gegen diesen Feind haben sie nicht den Hauch einer Chance. Ich freue mich, Sie zu sehen, Nordmaul. Schleimer! Wir können doch jetzt nicht einfach so den Sand in den Kopf stecken. Sie haben eine Mission. Eine Zeitreise. Ist ein Reisepass dabei? Sicher. Fändest du zugemacht? Ja, ich hab sogar die Chalassinen runtergelassen. Ach, Herr Schäfzeiten, das sollst du nicht immer die Chalassinen runterlassen. Das sieht doch jeder, dass wir nicht da sind. Was denn hingehen? Die Schweine sind in die Vergangenheit gereist, um unsere Existenz zu vernichten. Langst und blassen Mädels sind es mit euch schwindelig. Versuch im Spiel hiểu. Die Kamera rất wants Chalassinen. Bis zum Tag der L주� cyclone ja surrendung. Das ist sinnvoll. Wie noch nicht? Das ist sinnvoll. Wie noch nicht! Weil!